Es war ein Mammutverfahren um die rechtsterroristische Gruppe S. Zweieinhalb Jahre nach Prozessbeginn heute nun die Urteile vor dem Oberlandesgericht Stuttgart. Demnach muss der Hauptangeklagte für sechs Jahre ins Gefängnis. Weitere Angeklagte erhielten ebenfalls längere Haftstrafen, teils auf Bewährung einer Kampfrei. Insgesamt hatten sich elf Männer zu verantworten. Ihnen wurde vorgeworfen, eine Terrorzelle gegründet oder unterstützt zu haben. Kolja Schwarz ist in Stuttgart. Ein Verteidiger nannte die Gruppe eine Ansammlung Sprüche klopfender Wichtigtur. Aber das sahen die Richter anders? Das sahen die Richter offensichtlich anders. Denn sie haben ganz klar heute gesagt, das war eine terroristische Vereinigung und sind deshalb zu diesen mehrjährigen Haftstrafen gekommen. Die Bundesanwaltschaft hatte in der Anklage ausgeführt, dass diese rechte Terrorgruppe Anschläge geplant hatte auf Moscheen, auf grüne Politiker und einen Bürgerkrieg in Deutschland auslösen wollten. Und das sieht das Gericht jetzt offensichtlich genauso. Aber noch läuft die Begründung hinter mir, sie soll bis in den Abend gehen. Also auch eine Mammut-Urteilsverkündung nach diesem Mammutverfahren. Mehr als 170 Verhandlungstage brauchte dieser Prozess. Warum dauerte das denn so lange? Zum einen liegt das an der hohen Anzahl der Angeklagten. Elf haben sich da heute dieses Urteil noch anhören müssen. Das dauert schon allein. Die hatten viele Verteidiger. Und es mussten hier unzählige Beweismittel ausgewertet werden. Vor allem die Chats dieser Gruppe. Denn darüber lief sehr, sehr viel. Und die wurden hier, das waren zum Teil mehrere hundert Seiten, in diese Verhandlung eingeführt und mussten ausgewertet werden. Und hinzu kommt noch, dass dieser Prozess begonnen hat in der Hochphase der Corona-Zeit. Und dass es auch deshalb alles etwas langsamer losging. Aber vor allem liegt es daran, dass es sehr, sehr schwer war, diese ganzen Beweismittel auszuwerten. Danke schön, Keuer Schwarz.